Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf Twitch und auch auf YouTube. Wir spielen heute in Let's Play Paladins zusammen mit dem Storm und dem Martus. Grüß euch Leute und Hallöchen Martus. Vielleicht haben wir ja mal Glück und wir gewinnen dieses Game, dann könnte ich tatsächlich in den nächsten Rank aufsteigen. Du bist nicht im Rank. Ich muss dazu auch sagen, ich bin heute echt müde wie Bock. Also falls ich irgendwelche Scheiße vor mir her brabbele, dann wisst ihr woran das liegt. Zumindest hat der Crazy Wolf bei mir noch nicht eingeschlagen. Du alter Crazy Wolf. Soll ich mir einen Battle Pass holen, fragt Martus. Klar, ist immer auch ein Vorteil, wenn du die Kohle hast. Keine Ahnung. Brauchst du ihn? Kannst du ihn dir leisten? Das wären die Fragen, die du dir stellen musst. Ich habe ihn mir nur geholt, weil ich sonst nicht wusste, was ich mit diesen Kristallen machen soll. Oder wie heißen die? Uh, Kristalle, ja. Heißen Kristallen-Peis-Preis-Maaplein. but you choose tree you could choose every char but you choose tree ich will ein tree spray es kommt ja noch einer und dann will ich halt richtig suchten er hat volle gönnung wenn du dann sowieso vorst richtig abzusuchten sucht besucht jetzt geht youtube wieder nachdem ich mein tablet neu gestartet jedoch jedoch es ist schon wieder für eine warteschlange heute es ist dienstag ein tag nach dem mond ist ein sehr sehr merkwürdiger dienstag heute habe ich das gefühl dann gehe ich mal auf dem desktop mach das nicht du weißt dass du jetzt mal gefickt bist wenn du auf dem desktop gehst das scheiß kämpft selbst mal ab du musst deine cam irgendwie hast du gerade die camp verändert oder den hintergrund ist abgerauscht da ist er wieder jetzt hast du auf der seite unten so ein leibwort von deinem in deiner beleuchtung nee das ist die andere seite was du gesagt da wohl gerade angefasst hast ich dachte mal schon gleich mal drei minuten der hast rekord hier oder ich kann bannen ich raff das nicht ich bin immer der geilste bin weil ich der geilste bin wenn du die große scheiße laberst deswegen spiel weiß und genau kannst du mal einen tree wählen ich will kein tree spielen fuck you no tree was sinn was ist denn sinn weil das jetzt nicht so dermaßen zerstört hat weil der ein overpowered sinn war ist doch immer das gleiche selbst wenn den overpowered dummars fickt der uns kein ding grüß dich kein ding 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 luther hoffe kann auch noch ein heißen skin hier matre hier männer kann hier ja jetzt für die hände hat sünder ich hatte leute die immer die komplette zeit brauchen um zu picken man sieht denn immer auf twitter man auf youtube wir streamen immer gleichzeitig auf twitter und youtube da gibt es keinen unterschied ist aber dienstag donnerstag 20 uhr bis 22 wir streamen auch noch gleichzeitig auf mob crush stream juna smash cars und mixer krass ist denn mit diesem juli so glaubt er kann auch kein deutsch macht warum heute denn soll jetzt irgendwas nehmen weil er kann als last player als last pick an der mit schon eine flanke nehmen wie wert und niemand niemand bis jetzt der hat gepickt dieser hat er schon so früh gesehen naja aber man sieht es schon wenn der selekte das auch wenn er nicht eingeloggt ist du hast dich schon gewundert über was hast du dich denn gewundert dass wir auf beiden plattformen gleichzeitig sind oder was ich kann es auch endlich mal rank spielen mein bester held ist allerdings erst level acht aber hattest du nicht eine switch und du hast du nicht gesagt hat ist das switch ich erinnere mich gerade nicht so richtig ja ich glaube schon aber genau das zu spielen nee es gibt noch nicht ja nicht mit uns aber trotzdem das spiel spielen an der klar irgendwie aus meinem körper diese müdigkeit raustreiben wie ja genau er hatte eine switch und ich glaube da konnte man man kann zwar mit crossplay aber ich glaube man kann man findet diese accounts nicht oder sowas irgendwie so ich weiß nicht mehr ich frage ich mir auch irgendwie jeder woche google einfach mal ist doch scheiße ja na das wird jetzt ein game hier habe ich ja mal spannend ich noch um fast zum schlaf modus schneit schneit ihr krassen ich bin schneit marco schneide alles ich bin der schneit holländer ich gehe mal voll auf bollwerk was haben wir es hier muss ja mit uns aber das heißt wir brauchen auf jeden fall korte auto kaut ist da auto kraut kraut bei kraut was denn hier für ein krach wie du immer gehst wenn du streamst ja man weil ich dann auch schon sehr müde nach eine ahnung röpfe neunstunden arbeit röpfe auf hober warum gehst du denn schon dauernd ist ja aber den arsch dauernd ist ja keine ahnung der hier ist tot halt einfach den punkten ich glaube der damer wurde gleich weggeratzt deswegen gab es kein hier sieht man die payload du da muss er dann verschieben auch hinter uns ja vor uns genauso musste immer kurz weg wo ist denn hinter uns noch was schild alter er hat ja nichts mehr man das hat geultet zum lück habe ich nach der zehnten noch drei jahre oberstufe von mir von mir ja mann mach so lange schule wie du kannst bro die besten zeiten wenn ich dir einen heißen tipp geben darf viel schöneres als zur schule zu gehen geliefert was mache ich hier mal links mit das mit zu viel stress also er geht gut aber ich meine allgemein jetzt kommen wir halt hier schieb die perle gerade alleine irgendwie relativ wenig hier rein den samba hier nicht so nice um ehrlich zu sein dieser spot hier ist muss immer gucken dass ich in seinem scheiß spot drin stehe das höre ich von allen die mit der schule fertig sind und wenn man in der schule ist wenn man sie endlich etwas endet ja mann also ich weiß auch dass ich damals nach dem abi einfach auch keinen bock mehr hatte aber dann war ich ja ein paar jahre gearbeitet und dann was zum fick wieso wurde ich denn jetzt geschickt direkt als ich ankam wie kann man denn so einen lack haben war ich gerade genau ein paar jahre gearbeitet und dann bin ich wieder studieren gegangen und eigentlich war das ziemlich nice zu studieren wobei ich eigentlich auch dann am ende keinen bock mehr auf studieren hatte eigentlich hat man immer auf das keinen bock was man gerade macht so einfach ist das glaube ich wie konnten wir denn da jetzt gerade versagen alter weil wir alle geholt worden sind weil ich in dem moment das chicken gekriegt habe als ich reinkam wie geht denn sowas alter wie kann denn der scheiß pips und lack haben wir brauchen krauter reiz die haben halt max korte weiß deswegen krieg ich kommen hier von dem scheiß damme ne und dann hol doch mal verjüngen bringt mir nix ich will erst mal den hier hier killen außerdem müsst ihr müssen die viele halt ausgestattet werden guck mal dass du lieber den so ein hieler raus oder ich würde auch immer wieder ich sag's doch nur die backen du okay jetzt die scheiß hieler ob die scheiß hieler schoben ob die hieler sollte noch nicht immer mitte geben das ist vorgurig oh tank entschärft oh ist der pip ausgewicht und der kleine flinke miese hippie hippie geil carlos hat den fliege holt läuft er was möchte diese ferne dann doch ist der bei dir die niere yves ist auch ein richtiger schrottschall schiebst du sag mal an wenn ich hinter dir so dann helfe ich dir talus macht wo die flanke sauber hier ist neben mir die auf der rechten gut dauernd so wie der pip sinnloser pip sind denn das für komische bobs da kommen wir noch kurz machen stress und hauen wieder ab komm her tree oh 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 hat er auf einmal nendo als hilfe bekommen hä oh victor du ratte alter von hinten junge wo ist unser restbestimmel geblieben ich weiß nicht die rennen die ganze auf den flanken rum und holen sich kills alter ganz ganz komisch tja das war nicht gut die waren zu gierig ich spiele ich meistens mit denen aus der knasse was heißt ihr von denen äh bin ich beide eigentlich okay genesse habe ich am anfang auch ein bisschen gehabt boah ich sollte nicht über die mitte kommen scheiß flash damage vom pit wollte wegrennen ne evi tschüss oh 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 gott da ist der tree da ist der tree lass euch doch nicht holen krate man sag doch dass du ultest hier ist doch keiner dann hätte ich mich nicht gewastet für dich und dir versucht den arsch zu retten alter kannst du ruhig mal ansagen dass du ultest bei deinem ult das hat schon weil es so lange dauert rein damit der scheiße ich weiß nicht was unser damm war die ganze zeit macht der stresst halt der stirbt immer vor 100 ist nicht gut das damm war voll nervig der darf vorne nicht sterben dann muss ich mir jetzt irgendwie ich muss mir rifugum holen da mal nervt extrem erstmal links flanken nicht bitte ja und das spiel muss man ein bisschen variieren nicht mal das gleiche machen wir werden jetzt auch flanken siehst du geh nicht da und alter ich bin gestorben ich habe alle von links ja ist ja nicht schlimm erstmal die können jetzt auch nicht so schnell auf den punkt machen halt keine punkte wir hätten das jetzt nur gewinnen müssen das game ihr habt euch halt wieder mal auf die tanks konzentriert geht zuerst auf den heal und dann auf den damage ich hab mich auf victor konzentriert dieser scheiß victor alter die sind die denn ich werde auch schon wieder evi da hinten rumrennen warum huckst du den denn zurück weil wir gleichzeitig unsere mit haben hast du den wieder reingehuckt alter wie kann man denn so kacke sein ich krieg's dafür wenn ich hooke wenn du ihn ziehst geh mal weiter ich versuche die flanken sauber zu halten zumindest die linke ich hab hier ein bisschen stress links hilfe hier rambas grad bei mir gekommen du bist doch noch gar nicht so down nein ich wollte grad drüben jetzt hinten guck mir das damit her gemein gemein oh ev alter du lackt wie kann man so einen lack haben doch down ne die lackt sich hier die ganze zeit weg weil ich so langsam schieße das ist doch zum kotzen das ist doch noch gekriegt oh ich häng fest hier los jetzt die scheiße schieben du oh nö von hinten von hinten so ein scheißer kleine dreckige ratte alter weg mit ihm ey und wilde ich komme diese kleine dreckige ratte sind eigentlich die meisten zuschauer von euch so schön beziehungsweise schreiben nichts ich komme lass ihn mal seine lampen durchhalten alter geh nicht auf groover viktor mann hörst du auch rum zu klacken rein das ding jetzt geht doch nee wir sind meistens nicht so still aber heute sind einfach nicht so viel auf dem stream da sind nur vier fünf zuschauer da ich bin nicht gerade glaube ich jetzt den liga aufgestiegen wahnsinn hat ja ewig gedauert scheiß viktor sein erregert schon wieder kleine lecks vielleicht bin ich kein ding also ich habe bei mir parallel hier den stream am laufen und habe keine lecks sorry for that ja ich bin gold eins hätte das gedacht echt du bist gold 1 krass danach kommt platin ewig gedauert man immer gewonnen verloren gewonnen verloren sehr guter hier dann war sehr guter hier am ende hat er sich mal zusammen gewissen hat uns auf den spot giert na gut freunde wir sind am ende dieser folge wir haben gewonnen ich bin endlich mal in die ja nichts für eure liga aufgestiegen ja bedanke mich für euch einschalten würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei bis dann macht euch einen schönen spenden abend haut rein tschau tschau